So, hallo, Sie sind Mini66, willkommen hier bei NEVEREND, ja, PS4, so war bei irgendeinem Spiel im Angebot, weil ich nur 6 Cent erwarte und 1 Euro auf jeden Fall, sonst kostet ich noch 5 bis 10 Euro, würde ich aber dafür nicht ausgeben. Na, so, ja, hier erstmal angezockt halt, ähm, ja, die Räume sind immer gleich, ähm, äh, random halt, so, hier hat man hier so ein Klotzkopf, rennt man da rum, so, da gibt ja irgendwelche Trophäen, ja, ja, die müssen wir so ein Dummy kaputt schlagen, hat das bis jetzt nicht funktioniert, kommt gleich noch Spinnen, also meine Erzfeinde als Gegner und, äh, Zombies, oder was, immer muss man einen Raum finden, wo 6 Zombies sind, gibt man uns auf, äh, paar Gegner kaputt machen, mehrere Spinnen, 1 oder 2 Enke, na, irgendwo irgendwann mal, immer wenn man kaputt geht, muss man komplett von neu machen, ist ja klar, so, dann kann man noch, ähm, äh, Feindbogen kann man, äh, finden, ja, was heißt dann hätten wir ausgesorgt, ja, wäre halt, wäre halt cool, ja, und Ench-Munition gibt, äh, gibt da, weil ich schon gar nicht mehr, auf jeden Fall gibt es noch irgendwann Händler, kann man sich noch ein bisschen verbessern, ja, sollte man nicht rein, das war gewollt, so, wir sind natürlich auch hier so ein paar Fallen, irgendwelche gummigen Automaten, die man kaputt schlägt, hier ist Zombies, zum Beispiel, so, jetzt hier aber auch das erste oder zweite Mal, ob du gespielt hast, deswegen, wo schon genau, wie es zu Gericht funktioniert, er hätte einfach stehen bleiben, also man müsste jetzt quasi schlagen, von weiter weg und dann abhauen und dann wieder schlagen, so, damit man getroffen wird, weiß ich mal, hier oben die drei Herzen, da geht ziemlich schnell kaputt, so, den Anzug kriegt man hier, ähm, Heiltrank habe ich jetzt benutzt, der kann man noch machen, der war dann quasi auch schon, also, ein bisschen aufpassen, einmal draufhauen, am besten danach dann abhauen, mit einfach nur stehen bleiben, wie ich das jetzt hier mache, ein Video, naja, so, da gibt mehrere Wege, richtige Karte, ähm, da kann sein, aber auf jeden Fall, ähm, jedes Mal, jedes Mal ist es, ähm, die, die Dings, hier sieht man ja, jedes Mal ist es anders halt der Weg, da ist den Kasten, da kommt Spinnen raus, wir sind da, da, zum Beispiel, ein Trakfi, bah, egal, ja, auf jeden Fall, schon, Schleuer Trakfi, 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 so, alles da, so, überall Spinnen, ja, so, dann, wo, ja, wo man war, das sind die Räume halt, äh, leer, ja, kommen in neuen Raum rein, wie jetzt sind noch die Türen zu, man muss dann jetzt quasi auch kämpfen, wir sind einfach weiterlaufen, so, geht nicht, ohne hier gegen drei Spinnen, hat kein Manny eine Chance auf die ganzen Welt, niemals, ha, das ist bei das Art of Art of Art of Manies, so, ja, oder, so, na, irgendwann wusste ich auch mal, wie man dann kämpft, aber, letztendlich, ähm, kam ich auch nur so ein Bruchstück noch viel, ein bisschen weiter, aber, so richtig, eigentlich habe ich da noch nie gesehen gehabt, naja, kommiges Spiel, ja, was soll's, naja, so, ja, könnt ihr euch noch das Rest mal angucken, auch mittelmäßig, ja, komm, es gibt noch Schlimmeres, also, da, naja, hm, ja, sag ich mal euch noch, äh, gute Nacht, und, ja, bis zum nächsten Mal, tschüss, jetzt warte ich weg, ey, bis dann. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.